Halli hallo meine lieben zuschauen herzlich willkommen zu einer neuen folge zu TV ethics heute mal mit dem palbanter und den hoden wenn euch das video gefällt lasst ein abon und ein like da und ich wünsche dir jetzt viel spaß mit dem video ich bin schon bei sau das ist doch so eine sau ihr wolltet hier mit man bist du alt ich bin 24 das ist so viel an stevens wer ist das äh 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 die Pashmo die haben nur ein äh 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 ich kenne ihn nicht äh äh ist das nicht das gewesen entweder entweder Bananen oder Apfel meine ich im Übrigen man will zumindest irgendwas weh Bananen ist es immer diese Bananen ich war mal ganz groß in der Zeitung vor zwei Jahrzehnten oder so äh äh war das das oder das äh das war es äh 2019 kann ich mich nicht dran erinnern was? was ist ein Doki 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 Doki? das ist so ein Spiel mit einem Mädchen das äh sterb ich in einem verliebtes und in einem Spiel selber hackt weil es unbedingt will dass du es willst und tötet alle anderen äh komplett geraten komplett geraten gerade kein Plan wirklich 2019 wer ist Cassandra erklärt schon man freut sich über dieses Spiel ne? ihr habt freiwillig eingestimmt mitzumachen ach komm ey das andere hat dir so gut angehört zwei Runden waren jetzt zwei Fragen dabei die ich wusste oder drei so jetzt ist einfach eine Chance und jetzt könnt ihr Lehrtaste drücken dann könnt ihr halt so eine Chance Runde mitmachen und hoffen dass ihr nicht die Hälfte kriegt na klar komm da gehöre ich mir die Hälfte 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 und was haben wir? 1500? minus 2005? ok eine hat ein Mist einer wird jetzt schreiben ich sehe schon komm da sieht schon schleißer aus ja mal 1,5 was für punkte hast du dann das kenne ich nur ich kenne nur ein lied ja ich kenne auch nur das lied ich glaube ich war den punkten schneller ich auch weil sonst ja peinlich weil das muss ich wissen weil die serie ist gar nicht so schlecht keine ahnung was ist es normalerweise ja keinem lassen ach so dass mit diesen pseudo helden geologische era ich kenne es nur auf deutsch leider gottes ich kenne das wort nur auf deutsch ich weiß nicht ob ich das richtige genommen habe danke ich kann leider nicht in einem chat nein ich habe den falschen titan genommen ich habe doch jede folge davon geguckt ich sage euch bei einer sich ja es war der beast halten ich habe es geguckt ich danke keine ahnung ich wollte es war der beste titan der kam es in der zweiten stadt so ich war mir sicher vielmehr war da und kolossal auch amort meint ich auch und dies waren so ja könnte der so ok leute ihr dürft mich jetzt in den kommentaren flamen wegen der attack und halten hier ja das recht mich zu foltern jetzt also dafür dass du dich mit einem angeblich aus ja ich habe auch das falsche gedrückt ist es kann mir eben jedoch auch einmal passiert die mit dem wolf vergessen da habe ich auch eine falsche gedrückt und ich habe schon paar anime geguckt so aber ich bin jetzt keiner der sagt ich kenne mich gut aus mit annehmen ja so ich kenne ein paar und das war es wahrscheinlich rein denn die holger ich weiß immer wieder aufs neue warum ich nicht leer taste drücke ich bin doch hallo spieler 1 janik hat doch in meinen videos schon gesagt das ist ja ist ein spieler fluch das ist der hoster fluch das pack oder tatl war das doch ganz klar das ist leider einer der einzigen animes die ich nicht gucke ist so gut das originale das neue ist so das ist jetzt peinlich wenn man es falsch hat wo ich weiß das original nicht ich sag 2000 ob 2003 sind zwei ich glaube es war 2003 oder bt 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 ja sich planiert hallo wir hängen alle aus ihm rum ja mein gott ich kenne gar nicht das ist so was sollte man eigentlich wissen ja dann sagt doch mal wo ist denn die hauptstadt was ist die hauptstadt von keiner kommt weil ich glaube dass wenn deine zuschauer mitraten wollen kannst du es ja jedes mal sagen konnte es eigentlich gerade eben bei der mathe gefeilt schlägen pall ich habe gerade einfach falsch gerechnet ich dachte mir keine antworten stimmt ich habe einfach bei mir war 16 minus 4 war bei mir 13 im kopf und plus 9 waren dann 23 und 23 gab es nicht frag mich nicht da habe ich mich komplett verrechnet ich entschuldige mich hoden meint du du schaffst das noch ja na klar da geht einiges mal 15 mal 15 minus 500 nein ja für heute war das jetzt nicht wirklich so ein großer punkt der brust ach komm nimmt man mit die minus punkte kommen wieder schön wenn man so vertrauen in sein glück hat ja wir wissen auf jeden fall gepaart ich denke nur queen oder king weil anders so abwegig wenn sie denn auf keinen fall weil sie den emperor klingt also wir müssen hausen aber was können ich habe was weiß ich wie lange das ding ist ich denke mal dass ich glaube das ding ist gleich lang in einen ecken ne ich meine ich meine das wäre auch so klein ich habe das kleinste genommen weil ich meine das wäre richtig kleiner bild nein ich habe heute geld nehmen hast du auch was genommen ja das ist nämlich richtig klein man denkt sich das ist bestimmt über einen meter lang aber ist überhaupt nicht das ist saukleiner gemälde ja kann auch nur der künstler würde ich jetzt auch gesagt aber also das muss man jetzt so sehen aus welchem blickwinkel wird das betrachtet was vom ansehen der schlimmste oder von den werten her was heißt denn jetzt grossing ja grossing ist das was du meintest das was das ekelhafteste ist ja da fehlen aber solche sachen wie black christmas und so weiter also die ganzen weihnachtsblätterfilme angst katze können wir nicht alle aus ägypten eigentlich äh hauptsächlich ja ein schönes küsspiel julian ich bin ein quiz spiel und ich ziehe den pall jetzt ab hab nichts gesagt ok wollte ich am anfang nehmen aber ich habe mich doch um entschieden ey mach kacke das müsste eigentlich asien sein mit indien und china oder ja afrika wäre das hätte ich jetzt auch noch geschätzt nee und arktis ist auf jeden fall auf dem letzten platz danach an frika was für die kleinen die arktis ist die arktis ist geht ja nicht nur um die größe der leben halt auch kommen leute weil ist halt fucking kalt ne mach mit ich mach auch mit mach nicht diesen ah sehr gut okay es kann nur einer gewähren kommt gibt ihm hauptsache ich kriege nicht die 2,5 hauptsache du kriegst nicht die 1 zu 4 schocks kickt einfach hart rein das pall hat sich nur durch glück gewinnt heute ist das traurige sowohl also ich kann dir das absolut wahr was weiß ich welcher massur gestorben ist ich kenne nur einen ja ich kenne auch nur einen ich kenne nur ich kenne nur ich kenne nur Spirit alter ist es sogar richtig komm komm oh fe curiosity ist doch ein mass roboter weiß nicht das sind wahrscheinlich alle vier aber stay alive stay alive stay alive stay alive aber ja ja stay alive ja klar stay alive ah nee stay alive ah nee ja die prüfen das nicht immer ist das denn ein night fever oder? ja scheiße guck mal ich kam nur durch den song drauf ich kam nur durch singen drauf okay ich brauche einen kurzen moment fuck kein taschenrechner hier äh bin fertig hast du jetzt eigentlich einen taschenrechner benutzt? nein okay kann nur der sein ich bin ich habe eine einzelmatte das kann nur 75,78 sein weil 99 sind 8 am ende ja easy easy going ich habe ich habe nicht ohne grund eine einzelmatte gehabt ja ich hatte immer eine 4 ich habe keine ahnung wann war das halo 3 weiß ich schon nicht mehr alter 2,8 wissen wir wann ich das letzte mal halo gespielt habe gar nicht gar nicht da da ist das ja da ist das ja was ich das letzte mal gespielt habe neilen klingt nach neilen ist glaube ich nicht jump jump was weiß denn ich swall könnte es vielleicht auch sein oder also jumping rope nur 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 warum haben die ja nylon und kott also warum haben die noch nylon und äh baumwolle drin das sind ja einfach arten von sein das andere ist ja so einfach nur eine bezeichnung dafür das ist ja nicht wieder hergestellt wie dumm ist die frage bitte komm let's go Freunde wahrscheinlich schwach nein ich kenne mein glück und weiß was jetzt kommt ja wenn du jetzt nicht die hälfte verlierst komm wenn du jetzt nicht verlierst dann die hälfte kriege und du hast dich mitgemacht dann bin ich enttäuscht hälfte 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 du wolltest die hälfte hauten frisst auch nur scheiße wiii ich mach doch nicht mit wenn ich weiß ich verliere alles wenn alle anderen machen dann müssen wir auch mit rein wenn die anderen sagen ja nee dann ok letzte runde hoden kann nicht mehr gewinnen da geht einiges komm er müsste es alle richtig haben jetzt crash banding crash team racing äh was weiß denn ich alter dingo die ist das nicht das krokodil ich glaub ich glaub der war scheiße ist das nicht das krokodil ja da muss dann irgendetwas festes sein so balance oder speed ja ok war doch richtig fuck acceleration turning wird da keinen Sinn ergeben weil ein krokodil ist nicht agil also ne in Videospielen was ist man create room temperature ich glaube ich hab verloren das krokodil ist krokodil oder also flüssig theoretisch ja sehr gut hoden die chemiker krokodil war genau äh thomas richtig chaos schalt ach du scheiße kleine arme ey was sind das für spiele man ich mein gut hälte man wissen können aber halo du denkst im nachhinein immer das hätte ich wissen müssen ne naja müssen nicht unbedingt nur also tatsächlich hätte man wissen können somo köpfe halo wann da draus kam halo 3 das kann man wissen äh 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 nein 54 war's ne 50 weil ich mal 4 abgezogen werden ganz hinten bei der letzten ziffer also bei den einsatzstellen wenn ich mal 4 abgezogen also muss es zu lange in 50 doch ich sagte doch es war 54 ja doch 2 nach der jahre 4 ja und ich mal 4 bezogen ja ja du kippst klicken monogatari auch nie geguckt ach wer ist ararei keine ahnung komm wir gehen mit ihm ja ich auch mal ja keine ahnung wenn du festgelegt teile der frage oh danke dir mark wo soll dir am besten hin ja dann bei den sieg per glück mal wieder das war skill warum ich gewonnen habe das verhauses erfolge hier weil du wolltest ja unbedingt ein neues spiel spielen ja weil du glück hast du hast du um links um links zum schirm danke dir Mark dann machen wir noch um links hl ah hl hauen hl hauen hl eistert achso das wusste ich jetzt nicht wussste ja ne